was geht ab leute ich hoffe es geht euch gut und herzlich willkommen zu diesem video ja anlass des videos heute wir eröffnen die gyms wieder könnt ihr es glauben ich kann es ja noch fast gar nicht glauben und irgendwie tue ich mich auch noch ein bisschen schwer einfach ins gym zu gehen wir haben jetzt schon mittag und ich bin noch nicht ins gym gegangen das ist ein bisschen komisch weil normalerweise stehe ich auf und gehe einfach direkt ins gym das habe ich diesmal tatsächlich nicht getan weil ich mich einfach nicht getraut habe beziehungsweise nicht richtig weiß ja wie läuft das ganze wie wird das ganze gehen aber naja ich gehe jetzt erstmal einkaufen weil ich ja erst heute abend trainieren gehe und melde mich gleich ja außerdem zeige ich euch in diesem video ein krasses neues feature next level blogs für youtuber glaube ich und wir switchen das ganze mal und seht ihr was ich meine ja und zwar sieht das ganze dann einfach so aus ihr seht jetzt mich und ihr seht was vor mir passiert zum beispiel jetzt hier dieses ding dieser der lag ja ich finde es mega cooles feature es hat so ein bisschen was davon wie normalerweise so reaction videos aufgebaut sind und ich finde das mega krasses tool einfach super interessant ihr seht unten rechts die watermark und könnt das gerne mal ausprobieren schickt es aus ladet es euch mal runter an alle creator da draußen ja ich gehe weiter einkaufen weiter gehts jetzt bin ich ja fast beim rewe angekommen und ähm ja mundschutz schon aufgesetzt weil ich ja auch filmen muss gleichzeitig und ganz ehrlich ich hasse das mit dem mundschutz ich finde das echt nicht geil schreibt mir in die kommentare wie es euch geht aber beim gym zum beispiel finde ich fände ich mundschutz echt gar nicht so verkehrt eigentlich aber dazu erzähle ich euch gleich was raus aus dem rewe ich hasse das richtige scheiße vor allem ich habe heute so eine neue maske benutzt die haben gesehen so eine weiße normalerweise habe ich eine schwarze tatsächlich ich habe meinen dad mir genäht und die hat richtig gestunken diese weiße maske die kann man wohl irgendwie waschen auch vielleicht muss ich die ja immer waschen dass die ein bisschen angenehmer ist auf jeden fall schreibt mir mal in die kommentare wie ihr diese art von vlog findet mit der kamera vorne und zwar geht es bald wieder richtig los in ein paar studios geht es schon wieder ganz normal los und in ein paar anderen noch nicht zum beispiel macfit hat noch keine richtigen kurse da geht es noch nicht los ich glaube sicher daran dass sie einfach kleine kursräume haben und nicht so die möglichkeit dort einfach die kurse richtig zu geben ja aber nichtsdestotrotz geht es so langsam wieder los und leider ist meine prognose ja dass noch mal ein lockdown kommen wird ich hoffe auch dass ich falsch liege aber meine prognose ist auf jeden fall dass es noch mal zu einem lockdown kommt weil die leute einfach leichtsinnig werden jetzt und denken es ist wieder alles normal und das ist es leider nicht das hier ist übrigens der zaubersee in refrat angeblich konnten nur die bewohner damals dort diesen see befahren naja gut ich laufe jetzt zurück nach hause und melde mich okay leute nicht dass ihr euch wundert warum ihr noch so viel rum steht ich habe ein hackintosh gebaut der steht übrigens hier wenn ihr mal mehr infos dazu haben wollt schreibt mir gerne in die kommentare dass ihr dazu mal ein video haben wollt aber jetzt komme ich zu einer bitte und zwar jetzt haben die gyms wieder offen und wir können wieder trainieren gehen aber das bedeutet nicht dass wir jetzt unvorsichtig werden dürfen ich habe gar keinen bock mehr darauf dass die gyms wieder schließen und ich denke du auch nicht und viele andere auch nicht und auch die gyms können sich nicht leisten wieder zuzumachen deswegen bitte haltet euch an die vorschriften wenn ihr krank seid ich habe schon mal ein video dazu gemacht ganz am anfang der korona krise wenn ihr krank seid dann bleibt einfach zu hause geht nicht trainieren habt dann eh nichts im gym verlorens doch bringt euch dann auch nichts das heißt wenn ihr schon mal merkt dass ihr krank seid und symptome habt bleibt einfach zu hause und alles ist gut naja und ja das ist so ein part den kennt ihr gar nicht von mir bisher noch nie so wirklich gezeigt und könnt mir mal gerne in die kommentare schreiben wenn euch das interessiert oder selber mal sowas basteln wollte ich mache halt nicht nur fitness sondern bin schon ein bisschen weiter aufgestellt sage ich mal ja leute das ganze video war auf einem iphone 11 gedreht der ganze blog und mit dieser app das heißt ich wollte euch einfach mal zeigen für alle leute die da draußen auch youtube machen vielleicht bringt es euch auf eine idee damit mal zu vloggen damit mal videos zu machen das war so ein video komplett aus der reihe ich werde auf jeden fall heute abend noch einen blog drehen wenn ich ins gym gehe und da nehme ich euch natürlich auch gerne mit aber dann nicht mehr auf meinem iphone oder vielleicht so gemischt weil während ich im gym trainiere packt mein handy auf jeden fall nicht an weil ja da mache ich dann einfach das erste gym training leute da kann ich euch nicht mitnehmen das muss einfach muss für mich sein so und ich gehe heute abend erst um 9 deswegen bringe ich dieses video jetzt kurz außerhalb der reihe beschneide das schon macht das fertig und und dann sehen wir uns im nächsten video ja schreibt mir gerne in die kommentare wie euch diese app gefällt ob ich damit nochmal einen anderen blog machen soll und ja ich hoffe ihr seid gesund und das bald wieder alles normales peace machts gut abonniert nicht vergessen und bis bald bis bald